Manuel Veller Manuel Veller, vor wenigen Wochen schon hat Marcel Hirscher Sie als einen starken Konkurrenten betitelt und in die Favoritenrolle gedrängt, gleichzeitig mit Marco Schwarz. Sehen Sie sich auch in dieser Rolle? Also können Sie Hirscher fordern? Sie haben ja jetzt schon den einen oder anderen Zeitvergleich gemacht. Fodern ist ein bisschen ein offensiver Ausdruck, würde ich jetzt sagen. Marcel ist, wenn er am Start steht, sicher der, der zu schlagen gilt, zusammen mit ein, zwei anderen noch. Ich glaube, ich bin in einer sehr guten Form und wenn ich am Start stehe, dann stehe ich ja am Start, um zu gewinnen. Ich weiß, ich habe noch ein paar Rennen gewonnen, aber als Sportler geht man einfach in einen Wettkampf so rein. Und ja, ich habe schon mal gesagt, wir werden zumindest versuchen, lästig zu sein. Der Marcel versucht immer ein bisschen den Druck von sich zu geben und irgendwem anderen ein bisschen hinüberzuschieben. Er lügt ja nicht, so ist es ja nicht, wir sind ja in guter Form. Aber ich glaube, man darf ihn, oder das weiß man eh, man darf ihn nie außer Acht lassen. Wenn er am Start steht, ist er 100% bereit und derjenige, den es zu schlagen gilt. Sie hören auch zu den wenigen Sportlern, Spitzensportlern, die ich kenne, die sagen, eine Verletzung oder Beschwerden. Bei ihnen war es der Rücken, haben mich stärker gemacht, haben mich zum Nachdenken gebracht. Inwiefern hat sie das stärker gemacht? Ich glaube, aus jedem Tief kommt man wieder höher heraus, als man vorher war. Also man wird mit jedem Rückschlag irgendwie stärker. Ich glaube, das ist auch im normalen Alltag so oder im normalen Leben so. Und bei mir war es einfach so, um aus dem noch wieder rauszukommen, habe ich viel professioneller werden müssen, noch konsequenter. Und das hat sich schlussendlich ausgezahlt, körperlich, wie auch dann auf den Skiern. Sie sind auch einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt, also auch durchaus mal etwas Kritisches sagt, sei es über aufdringliche Fans oder über die Regierung, die das Rauchverbot, das noch nicht mal eingeführt ist, wieder zurücknimmt. Ist das der Manuel Felder, der Sie sind, auch schon als junger Bursch noch nicht im Rampenlicht war? Oder ist da irgendwie ein bisschen, entschuldigen Sie vielleicht Show dabei? Show ist da mal null. Also ich sage einfach das, was ich mir denke, sage ich jetzt einmal. Natürlich gewisse Sachen, wenn man sich im Nachhinein zwei-, dreimal überlegt, denkt man, okay, hätte ich es vielleicht nicht sagen sollen, aber ich glaube, der Moment, in dem das entsteht, da ist das sicherlich so gedacht, ist nichts Persönliches. Es ist einfach, um meine Meinung zu vertreten und auch meinen Standpunkt zu vertreten. Mir geht es da einfach um gewisses rationales und logisches Denken. Gewisse Sachen sind in meinen Augen einfach veraltet oder einfach nicht mehr zeitgerecht. Und das wollte ich dann nicht ausdrucken, ohne irgendwer persönlich anzugreifen. Und das habe ich auch mit diesen Episoden von Fairly Speaks, wie es meint, gemacht. Aber die Nummer vier ist jetzt einmal nicht in näherer Sichtweite. Wünschten Sie sich aber mehr Persönlichkeiten, nicht nur im Sport, die auch mal dahin stehen und Ihre Meinung sagen und auch dazu stehen? Ich glaube, nicht nur im Sport. Ich glaube, es gibt in der heutigen Gesellschaft allgemein sehr, sehr viele Heuchler oder Menschen, die in der Öffentlichkeit anders sind, als sie privat sind. Und das ist ja irgendwie schade, weil jeder Mensch lebt noch einmal und sollte in dem Leben auch überall sein können, wie er ist. Wenn ich einen Wunsch anbringen darf, bleiben Sie dieser Farbtopfer, der Sie sind. Danke und eine gute Saison. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.